hallo so leute zu einer weiteren folge mache gedacht deluxe mit mango manu und neo hallo m und m & n hallo ibeams so heute ich habe heute richtig gute laune weil ich euch lieb habe will ich heute keine drachenmauer oh was wird gemacht keine drachenmauer heute nein maximal mal zu ich fang einfach mal ich mach mal zufällig ich werfe mal zufällig in den pot du bist ja richtig crazy drauf heute und dann fahren wir in wasserpark seit wann steht das da was das im lade screen wieder wie die das ist neu das ist geil was ist neu dass das da die map unten steht also die letzten vier wochen waren bei euch eine veraltete mario kart 8 version die ihr da gesehen habt ja die welt das video das update ist einfach an der stelle mit die folge raus kommt schon über einen monat alt melinda melinda hat mich angebumst es hackt glaube ich ich weiß nicht mehr dorfborn erwohnerin ich bin nicht mehr so verzweifelt die zeiten sind vorbei das gefühl hat es ein guter tag nee eigentlich nicht man hat gewinnt habe ich ein ganz mieses gefühl bei der sache aber ich kann immer noch nicht lenken ballaste mir eine bombe hinten rein ja ist aber nicht hat er eine tröde in der hand ja sicher jungen jetzt kann ja mit drei runden ankommen was ich auch eine tröde als ob das dann weg mit dem scheiß okay fangen wir doch mal an halt dein maul was das ist ja ich komme jetzt noch mir alle von mir die macht mir hier zu wenig party habe ich so das gefühl und jetzt ist er auch die galahm mann mann hätte ich erfasst noch gehabt er ich hatte drei pilze ja ich auch und dann hat mir das die schön fußpilz embrange pils am mal fängt ja mal klein an richtig Also, ich meine, ich nehme jetzt einfach mal eine Map, ja? Die nehme ich recht selten. Und das ist heute eine Premiere für mich, dass ich die nehme. What? Ohhhh! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der hat sich eben eingefahren. Was hast du gerade angestellt? Wie geil das da unten aussieht! Das ist voll cool! Sieht viel besser aus als sonst. Hä, wann gab's denn Update? Bei mir gab's eben Update. Also heute. Folgentitel heißt dann einfach... Das Mega-Update. Das ein Monat alte Update. Ja, ja. Patch 0.9. So, Datum... Patch von Dvato. Vergess sowieso das so zu nennen, also ist halt sowieso egal. Zaga hat auch schon mal rausgefunden, dass ich meine Folgen immer falsch benenne. Ja? Oh nein. Ja, Zaga ist ja auch der Einzige, der sich das alles anguckt. Ich guck's mir teilweise aber auch nochmal an. Ja, ich guck immer einmal rein, um Thumbnails zu machen. Manchmal bin ich selbst dazu zu faul. Oh... Alter, die Bombe da war aber ganz knapp. Das finde ich jetzt aber nicht gut, dass du die überlebt hast. Wer von euch kam eigentlich auch die Idee, 200 CCM zu machen? Ja, hi, das bin ich. Das ist er. Ich mag dich nicht. Man muss halt sagen, dass 150 sonst zu langweilig ist. Also, 150 machst du halt keine Fahrfehler mehr. Du fällst nirgendwo mehr runter. Jetzt sag ich nur noch auf Item Duck irgendwann, ja. Ja, aber jetzt mach ich nur Fahrfehler. Ja. Ja, ich auch. Und das schon seit 50 Folgen oder was weiß ich, in welcher Folge wir jetzt hier sind? Boah, das ist ne gute Frage. Ungefähr Folgen 50 oder so. Ja, ich hatte vorhin drei Pilze und hab damit drei Abkürzungen genommen. Wow. Ja, mehr ist das nicht gewesen. Ich war ja hinter euch. Aber ich hab mich ja komplett verfährt hier. Wo ist mein Pferd? So. Die Chancen auf dem Gruppensieg hier sind sehr gering. Bou! Ah, fuck. Manu, ich seh dich. Wow, wie knapp die Bombe noch war. Krass. Manu, wie knapp ich immer hinter Manu bin. Ja. Das wird voll die langweilige Folge, wenn das jetzt so weitergeht. Das geht ja nicht so weiter. Der Neo wird jetzt ja letzter. So, ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Die Folge bleibt zufällig bei mir. Ich werde jetzt auch mal random, random gehen. Und jetzt kommt Manu wieder. Sind heute mal alle random eingestimmt. Wenn jetzt random kommt... Mann! Ach, Babyfuck. Ach, die bringen mich ja wieder aus dem Konzept hier. Boah, ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Update. Heute ist der 4.7.2017. Und ihr seht diese Folge bestimmt am 4.8. oder noch später. Nee, später. Später. Ähm, aber für alle Leute... Schreibt doch mal in die Kommentare, wann ihr diese Folge seht. Ähm, wir können es aber erklären. Wie gesagt, Neo ist zwei Wochen im Urlaub, dann sehen wir uns vielleicht nochmal eine Woche. Und dann bin ich drei Wochen im Urlaub und dementsprechend... Und da kommt er zu mir! Da kommt er zu mir! Yeah! Ja, und dementsprechend müssen wir halt jetzt im Voraus aufnehmen, oder? Ihr seid ja schlechte Party People hier. Party People! Nein! Nein! Nein, Banane! Alter, Mann, Wilson! Was ist los mit dir? Nein! Ich bin schwer hinten drüber gefallen. Okay, jetzt, jetzt reicht's mir hier. Was? Ich hab doch nichts gemacht! Ach ne, Mango ist vor mir! Mann, du Penner! Nein, Mango, nicht Mandu! Du bist doch ein Penner! Ich dachte, das ist der Jusch. Hi! Der ist er ja auch! Ah, nein, 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 nein! Natürlich! Ja, klar. Aber ist der Josch-Penner. Easy erst, Alter, easy. Ja! Ja! Ach, Mann! Alter, was für'n Fight! Nachdem Josch mich da rausgebämmt hatte, war alles verloren. Oh, das war richtig knapp. Josch, warum hast du mich eigentlich rausgebämmt? Ich bin doch eh schon sehr schlecht. Ey, du bist mir die Karre gefahren! Du hast irgendwie rumgebämmt da! Ja! Ich hatte nur einfach nur Schildkröten im... Oh! Oh! Wow! Gut, wenn ich mein Video schneiden würde, würde ich diese Gruppe da reinschneiden. Wow! Machen wir schon wieder? Und dann die Map! Die ist schon jedes Mal drin, weil Zarge meint die zu nehmen, ey! Dann ist Zarge mal nicht da, eine Farm wie Kacke trotzdem! Wow! Hätte sie sowieso nochmal irgendwann heute genommen. Aber es geht jetzt um alles und nichts, ne? Ja, es wird knapp. Ist knapp. Ja, ist sehr spannend gerade. Von hinten und vorne noch was passieren. Jetzt ist Manu momentan... Oh Gott! Ähm... Oh! Da bin ich auch noch nie ins Wasser gefallen vorher! Penner! Hallo Manga! Hey, hallo Neo! Ihr könnt alle nix! Mehr als ich, aber grundsätzlich trotzdem nichts! Hm... Küchen damit! Hallo, fahr die Bibel! Boah! Geht mir halt nur Pilze hier, ey! Hast du das Gefühl, wir spielen die Map schon zu oft? Ach, aber nicht Bibi Park? Boah, ich hasse diese Kurve, ne? Nö! Bibi Park ist ja was für wichtiges! Nein! Bibi Park ist... Jogoi! Alter, zwei Leute mit einem Boomerang getroffen! Du bist ja auch scheiße! Ja, genau! Lass es dir bitte! Nawoll! Geile Boomerang-Action hier! Alter, wie eng das gerade ist! Wir hängen hier einfach... Wir hängen hier einfach von zehn Zentimeter! Nee, nee, nee! Du hast mich nicht überholen... Ach man, es war so klar, du Penner! Ach, da wurde doch grad schon gesagt, mich würde man nicht überholen! Nee, 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 nee! Immer noch nicht! Immer noch nicht! Den Penner kann man nicht überholen! Doch, das geht schon! Manu, mach mal! Oh, leck mich, Josh! Reinigend oder erotisch! Äh, beides! Oh! Oh, jetzt nicht! Kann man das... Kann man das kombinieren? Das wusste ich nicht, dass man das jetzt kombinieren kann! Manu hat einen Putzfetisch! Ach nein! Nein! Was sind das denn für Penner, die da immer irgendwelche... ...ballern und was weiß ich, was die alles machen! Oh, nein! Chance vertan! Ja! Alter Schwede! Das war's schon, ne? Mit so einer geschmeidigen Folge... Keiner brüllt rum oder so! Okay! Hi! Auf jeden Fall, GG an alle platzierten Teilnehmer! dieser Runde und danke fürs Zuschauen! Ach, damit kann ich leben! Hätte Manu gewonnen und ich wär zweiter geworden, das wär so was von gekommen! Damit kann ich leben! Na gut! Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao, tschüss! Tschüss! Ciao!